Musik Wir sind heute im Simmeringer Jugendzentrum CU, direkt im Herzen von Simmering. Heute werden zu den Themen Wohnen, Verkehr, Arbeit, Freizeit und noch andere Themen die Ideen und Forderungen von den Jugendlichen diskutiert. Es leben in unserer Stadt fast 400.000 junge Leute und es ist nur logisch, dass sie auch gefragt werden und damit mitplanen können, was wir in unserer Stadt verändern sollen, damit sie eine Stadt ist, in der jeder junge Mensch gut leben kann. Musik Ich finde, unsere Schulbildung funktioniert gut, da wir auch viele verschiedene Bereiche anbieten. Es gibt auch Grillplätze für manche, die es wollen. Was ich gut finde, ist, dass viele Menschen halt hier freundlich eine Person empfangen. Es gibt viel Rassismus, was ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte und traurig finde. Die 6er Straßenbahn, die Intervalle, dass die zu lange dauern. Also wenn ich in der Früh aufstehe und in die Schule fahre, ich warte halt immer lange auf die Straßenbahn. Musik Jeder Mensch sollte gleich behandelt werden. Es ist doch egal, von wo er herkommt. Dass mehr geschaut wird, dass jeder Jugendliche eine Ausbildung hat. Weil ohne Ausbildung kommt man nicht sehr weit. Perfekt wäre es für mich, wenn jeder friedlich miteinander leben könnte. Keine Diskriminierung. Musik 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 Musik